So, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge Evo. Hallo Pythagos. Oh, so, Katze, Katze. 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 Oh, okay. Damit wäre es ja jetzt geklärt. Okay, ich weiß schon, was für eine Katze ich baue. Ich baue meine. Auch wenn ich das nicht kann. Tricky, grüße an dich. Ich weiß, dass du das siehst, weil du eine Katze bist. Okay. Na, ich kann Tricky nicht bauen. Das ist eine Schande sonst für ihn. Ich will sie ihn nicht beleidigen. Ja. LALO, vier Minuten. Ich habe doch gerade erst eine Aufnahme gestartet. Ey, unfair. Du schreibst einfach, ey, unfair. Ich wollte eigentlich eine liegende Katze machen. Das sehe voll gut aus. Aber dafür brauche ich eigentlich mehr Zeit. Deswegen mache ich es nicht. So, wie lange haben wir noch Zeit, weil ich habe noch nicht angefangen. Und ich suche gerade etwas. Ja, nein, ohne Scheiß. Wenn du die Katze siehst, die ich jetzt nachbauen will, ich schwöre dir, du würdest einfach so denken. Oh. Wow. Oh, würdest du dir einfach denken. Oh. Ja. Oh. Ja, nicht mehr als... Oh. 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 Ja. Oh. Nein, das sieht nicht aus wie eine Katze. Das ist keine Katze hier. Vergiss das, was ich gerade gemacht habe. Das ist ja nie da gewesen. Alter. Okay, ich glaube... Wann macht doch jetzt endlich? Ich suche gerade einen Screenshot von einer Katze, die ich mal gemacht habe. Scheiße. Ich glaube... Ich glaube, ich sollte einfach kein... Keine Augen bauen, weil es sieht eigentlich so viel besser aus. Außer ich nehme einen Knopf. Das ist ja der Geheimtrick der Mindplake-Spieler. Knopf! Ja. Ach, Knöpfe kann man ja noch nicht an die Dings placen auf dem Boden. Ja, dann... Wie lange habe ich noch Zeit? Gar nicht. Also wirklich, wie lange habe ich noch? Gar nicht. Was? Zwei Minuten? Oh, holy moly. Meine Katze hat jetzt... Wieso habe ich denn so viele Screenshots gemacht? Ich will doch nur einen bestimmten haben. Nicht mehr als einen. Und ich mache erst mal fünf Screenshots, wie ich eine Blume zerstöre. Was bin ich denn für ein kleines Biskin? Das weiß ich auch nicht. Äh. Ey, dein Ernst? Wie lange denn noch? Oh moly, ich mache fünf Screenshots von einem verkackten Hebel. Auch man, die Katze sieht aus, als ob sie tot wäre. Das ist voll traurig. Ach, komm schon. Du hast es schon mal geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Toll, dass ich da 15 Screenshots davon habe. Aber wieso? Ich will jetzt einfach nur den letzten Screenshot erreichen. Und ich schaffe, ich baue gar nichts mehr, glaube ich, in der Zeit. Oder? Ich glaube, ich kann nichts mehr bauen. Ich habe ja noch nicht mal angefangen. Da ist doch drauf. Ich versuche jetzt noch in der kurzen Zeit einen Pixelart zu machen. Ich wollte eigentlich das perfekte Pixelart machen, aber das konnte ich ja nicht mehr. Ja, traurig. Trauriges Leben. Ja. Em, der versteht mich. Weil dein Vater gerade Zigaretten holt. Wieso bringe ich den eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, das kann man ja nicht mal als bringen nennen, weil das so ein Scheißwitz ist. Wie schreibt man lying? Ich schreibe es einfach lying. Weil sie liebt. So, das ist meine Katze. Ey, was ist das? Oh, ich suche jetzt trotzdem nach den Screenshots. Das ist meins. Liegend. Wie viele Unnötiges. Nein, jetzt siehst du mein Kunstwerk nicht. Es ist wunderschön. Danke. Eine tote Katze. Man, sie liegt. Oh mein Gott, wie... Scheiße. Kotzt die gerade? Nein. Die sah voll gut aus. Aber was ist das an ihrem Mund? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ach, ich wollte das heute eine Maus sein. Aber naja. Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie scheiße. Ach man, hoffentlich kommt nochmal so eine richtig witzige. Ich muss wieder lachen. Mir ist langweilig. Ich bin auf Kommando. Hä, ba! Da die Beine! Ba! Warum ist das so? Was ist das? Ekelhaft. Ba! Ey, und weißt du was? Jetzt habe ich gerade die Katze gefunden, die ich eigentlich bauen wollte. Hier ist eine Maus. Mehr nicht. Ja, was? Das ist nicht mal zur Maus. Was ist das? Das ist ein Kopf. Ja, vor allem. Die fällt noch durch. Und das ist ein Auto. Tschüss, tschüss. Ja. Nein, ich habe auch so in meinen Sound gemutet. Hallo? Oh, oh, sorry. Ich habe außerdem meinen Sound gemutet. Hörst du mich? Ja, ich habe mich gerade schon gewundert. Komm, die Katze an! Ihr Face! Das Face, ey. Ich kann ja sogar noch gewinnen mit meiner liegenden Katze, die aussieht mir tot. Hast du das meins gesehen? Nee, leider nicht. Da muss ich gerade meinen Sound wieder... Ja, ich bin es weiter! Das waren schon alle, als ob diese... Ach so, ja stimmt, das war ja genau aus. Und das ist diese Maus. Und ich bin letzter. Nee, nein. Nein. Okay, danke. Das war's. Vielleicht kommt noch eine Folge. Ach so, ich muss ja jetzt hier... Warte, ganz professionell. Also, nochmal starten. Ja? Ja, was ist? Ist schon gestoppt? Nein. Okay, wenn die bis hierhin geguckt haben, dann sollen die in die Kommentare schreiben. König. Der. Unterhosen. Schlumpfe. Schlumpfe. Und das war's!